Das Erwin-Hümer-Museum erzählt die Geschichte des mobilen Reisens, die Technik- und Kulturgeschichte aus dem Blickwinkel der Reisenden. Wir möchten Dinge bei uns in der Ausstellung sichtbar machen, Dinge, die den Besuchern bisher verborgen bleiben, die auch ganz spannende Einblicke und Geschichten zu unseren Exponaten erzählen. Und wir möchten diese mit einer Art Web-App im Museum sichtbar machen, aber wir möchten auch unsere Besucher vor dem Museumsbesuch, im Museumsbesuch und nach dem Museumsbesuch einbinden. Das möchten wir eigentlich auf allen Kommunikationskanälen umsetzen. Wir haben durch die MFG ganz viele verschiedene digitale Kommunikationsstrategien an die Hand bekommen, ganz viele Methoden, die wir weiterhin nutzen können. Wir haben aber auch ganz viele Kontakte natürlich knüpfen können in dieser Branche. Das war auch ein großer Mehrwert für uns. Wir hatten ja ganz viele Ideen am Anfang, was man digital alles machen könnte. Und es wäre wahnsinnig gewesen, das alles auf einmal umzusetzen. Und die MFG hat uns im ersten Schritt erst mal dahin geleitet, das auf ein Thema zu fokussieren. Es waren auch sehr kreative Methoden dabei. Das hat viel Spaß gemacht und es kamen für uns super verwertbare Ergebnisse dabei raus. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.